Es hatte nicht lange gedauert, bis die Mannschaft der Orca ihre Fracht entladen hatte. Jetzt lag der Käpt'n wieder in seiner Hängematte im Steuerhaus und der Rest der Mannschaft spielte Karten oder döste vor sich hin. Kisten und andere Behälter warteten in Stapeln darauf, eingesammelt zu werden, um den nächsten Schritt ihrer Reise anzutreten. Ein paar Seemöwen watschelten umher und hofften, ein paar Futterbrocken zu finden. Auf dem Mast der Orca hockte ein Pterosaurier und beobachtete das aufmerksam. Vielleicht spekulierte er darauf, sich eine Möwe schnappen zu können, wenn sie ihm zu nahe kam. Bia saß auf ihren Koffern und hielt das alles in ihren Zeichnungen fest. Plötzlich nahm sie einen Schatten hinter sich wahr und drehte sich um. Ein dürrer kleiner Junge grinste sie an. Er trug ein orientalisch aussehendes Hemd, eine ausgefranste, an den Knien abgeschnittene Hose, schmutzige Sandalen und eine alte Yankees-Kappe. »Hallöchen«, sang er. »Ich bin Sammy. Wir kommen auf den Aro-Inseln.« Bia erwiderte das Lächeln. »Oh Mann«, fuhr der Junge fort. »Für so eine kleine Person haben Sie aber richtig viele Koffer.« »Ich bin nicht klein. Vielen Dank«, erwiderte Bia. »Außerdem bist du viel kleiner als ich. Meine Mutter hat auch so einen lustigen Schrankkoffer zu Hause. Warum haben Sie so viele davon? Wollen Sie lange bleiben?« Bia stieg von ihrem Thron herunter, um dem Jungen zu antworten. »Ich bin Bia. Nein, ich bleibe nicht lange.« »Hoffe ich. Und nein, die sind auch nicht alle von mir.« »Da brauchen Sie doch sicher einen Gepäckträger.« »Ja, man hat mir gesagt, er würde gleich kommen.« »Jep. Und hier ist er.« Sammy schnappte sich den größten Koffer. »Moment, wo willst du damit hin?« Überrascht stellte Bia fest, dass sie mit dem Fuß aufgestampft hatte, genau wie ihre Großmutter. »Keine Angst«, Sammy zog weiter. »Ich schaffe das schon.« »Nein, der Gepäckträger kommt doch gleich, du dummes Kind.« Sein freundliches Lächeln wich einem ernsten Gesichtsausdruck. »Lady, Sie können mich ja dumm nennen, wenn Sie wollen, aber ich bin Gepäckträger. Ja, ich bin neun Jahre alt, aber nicht neun Jahre jung. Seit ich sechs bin, arbeite ich als Gepäckträger. Und ich verdiene genauso viel wie mein Vater. Ich habe mein eigenes Geschäft und ich bin sehr gut darin. Junior, mein Kilo, ist der stärkste und hübscheste Saurier in der ganzen Stadt. Er hat noch nie eine Ladung fallen gelassen. Noch nie.« Bia erkannte ihren Fehler. Sie hatte den Jungen unterschätzt. »Tut mir leid, Sammy. Bitte entschuldige. Weißt du, wo ich herkomme, da gehen alle Neunjährigen in die Schule.« »Schule? Keine Sorge, die habe ich schon hinter mir. Wo, glauben Sie, habe ich wohl Englisch, Holländisch, Spanisch und Französisch gelernt?« »Fazinz, bedank. Como estas bienvenido? Si impossible, cumoni, si son celibonier. Mon Dieu!« Bia hatte keine Ahnung, was Letzteres bedeutete, aber sie wusste, dass Sammy sich in einer Sprache über ihre Unwissenheit lustig gemacht hatte, die sie nicht verstand. Sie packte einen der beiden Koffergriffe und hob das schwere Gepäckstück hoch. Sammy nahm die andere Seite. »Okay, Sie fleißiges Bienchen. Helfen Sie mir ruhig. Aber glauben Sie bloß nicht, dass ich Ihnen Trinkgeld gebe.« Das Lächeln erschien wieder auf seinem Gesicht, und gemeinsam trugen sie das Gepäck die Pier hinauf. »Tut mir leid, dass ich so unfreundlich war,« sagte Bia. »Ich habe ein paar harte Wochen hinter mir, und um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht einmal so richtig, wo wir hier sind und warum.« »Nun, da bin ich genau der Richtige,« Sammy atmete tief ein. »Die Aro-Inseln sind eine Inselgruppe von 95 Inseln. Um genau zu sein, stehen sie gerade auf Wokan. Dobo ist der größte Hafen des Archipels, da hinten, auf der anderen Seite des Meeres. Hier in Kotobaru sind wir ein wenig ab vom Schuss. Man hat mir erzählt, dass es hier früher mal ganz nett war, aber heute geht es hier ein wenig rauer zu. »Sind Sie wegen der Gewürze hier?«, er zwinkerte Bia zu. »Ich kann Ihnen welche für einen besseren Preis besorgen.« »Nein, wir sind hier, um uns die Paradiesraptoren anzusehen.« »Ah, die sind auch wirklich wunderschön.« »Das sagt meine Großmutter auch. Aber die Welt ist voller schöner Kreaturen. Ich verstehe nicht, was an denen so besonders sein soll.« Sammy schaute sie an. »Früher, vor langer, langer Zeit, war Aro einmal mit Papua verbunden. Wir haben viele seltsame Vögel, Saurier und andere Tiere von dort geerbt, die es nur in diesem Teil der Welt gibt. Ja, das habe ich schon in einem Buch gelesen. Aber ein Buch kann Ihnen nicht zeigen, wie Sie tanzen.« »Die Raptoren tanzen?« Bia war fasziniert. »Ja, so!« Sammy ließ den Kopf auf- und abhüpfen und streckte die Ellbogen nach außen. Gleichzeitig steckte er die Finger in die Mundwinkel und stieß einen derart schrillen Pfiff aus, dass die Vögel aus einem Baum in der Nähe flatterten. »Junior!«, rief er plötzlich und pfiff erneut. »Junior!« Mit zusammengekniffenen Augen entdeckte Bia etwas Seltsames, das am anderen Ende der Pier im Flachwasser kauerte. Es war ein riesiger Ankylosaurus, mindestens acht Meter lang, und er genoss sichtlich das kühle Wasser. »Suchst du das da?«, fragte sie. »Junior, was machst du da? Heute ist nicht Badetag. Wir haben eine Kundin. Komm sofort raus!« Sammy wartete ins Wasser und kletterte das Seilgeflecht hinauf, das auf dem schwergepanzerten Rücken des Tieres als Sattel diente. »Das ist wirklich peinlich. Junior, raus jetzt!« Sammy zog mit aller Kraft an dem dünnen Halfter. Unendlich langsam drehte der Ankylosaurus den Kopf und wartete aus dem Wasser. Jetzt war auch zu sehen, wie groß Junior wirklich war. Einfach atemberaubend. Sein Rücken war so breit wie ein Lastkern und mit wunderschönen Knochenplatten in seltsamen Farben und Mustern bedeckt. Den Rand des Rückenpanzers wiederum zierten mächtige Dornen, an denen sich hervorragend Seile und Taschen festmachen ließen. So war der Saurier das perfekte Lasttier für schwere Güter. Das heißt, sobald man ihn in die richtige Richtung dirigiert hatte, was offenbar sehr mühsam war. »Wie ich sehe, sind hier nicht nur die Vögel und Paradiesraptoren so schön bunt. Was für ein wunderbarer Schmuck! Hast du die selbst bemalt?«, fragte Bia sehr zu Sammys Freude. Langsam stapfte Junior den Sand hinauf und schlug schließlich mit seinem großen Schwanz ins Wasser wie ein verspielter Hund. Bia war mit einem Schlag von oben bis unten nass. »Junior, hör auf, mit den Kunden zu spielen! Wir haben Gepäck zu transportieren!«, ermahnte ihn Sammy.